Feldenkreis erklärt Die Bewegungen in Feldenkreisstunden fühlen sich oft ungewohnt oder sogar neu an. Weshalb ist das so? Im Laufe unseres Lebens bilden wir Haltungs- und Bewegungsgewohnheiten aus. Manche Gewohnheiten sind dienlich, andere können sich mit der Zeit als einschränkend erweisen und zu Verspannungen oder Schmerzen führen. Dann ist es hilfreich, das eigene Bewegungsrepertoire durch alternative Handlungs- und Bewegungsweisen zu ergänzen. Wir erreichen dies, indem wir in Feldenkreisstunden ungewohnte und uns unbekannte Bewegungen ausprobieren. Die differenzierten Bewegungsanleitungen geben uns die Möglichkeit zu entdecken, wie wir uns leichter, zweckmäßiger und schmerzfreier bewegen können. Die neu gewonnene Vielfalt ermöglicht uns nun, diejenige Bewegungsweise auszuwählen, die am besten zu einer bestimmten Absicht passt. Damit wir aber überhaupt effizientere von weniger effizienten Bewegungsweisen unterscheiden können, brauchen wir die Fähigkeit, Unterschiede in unserer Bewegungsqualität wahrzunehmen. Langsame Bewegungen und eine aufmerksame Selbstwahrnehmung liefern uns die dafür notwendigen Informationen. Wie viel Muskelkraft setzen wir ein? Wie beschleunigen wir die Bewegung aus dem Ruhezustand heraus? Wie verändert sich die Lage unserer Körperteile? In der Fachsprache fasst man diese Empfindungen als kinästhetischen Sinn zusammen. Diese kinästhetische Bewusstheit führt, zusammen mit dem erweiterten Bewegungsrepertoire, zu einem wirkungsvollen und angenehmen Selbstgebrauch. Weitere Informationen und Anwendungsmöglichkeiten findest du auf www.feldenkreis.ch Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020